lol Hallo Juuu, das Problem ist immer Ich bin auch keiner Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Babanwaro 2 Jojojo Und wir schauen gleich direkt ins Server 3, 2, 1 Achso, echt schon jetzt? Go Nice, hast du eigentlich Schrimm nach? Ja, mach ich kurz Wir haben noch Schutzzeiten? Warte, oh Gott Ding angefunden Ähm Hashtag 4 Lost 5 Fight Sicher Da oben krallt er die Ah, Creeper oder ne? Wenn du noch was zum Brauten hast Können wir direkt Brauten vor dir? Ja Ich hab Einfach viel zu voll Ich bin voll equipped Oh, die kommen ja Creeper schon Bitte explodieren Alter Ich meine du Bist du auch schon voll equipped? So Das ist so Das ist so Schon, oder? Super Warte, mal machen wir da die Farm Ja, ich gebe das Stück Ja, was hast du die? Du hast das Leder Ah, das ist das Das Zuckerwort glaube ich Ja, was du jetzt Da gibt es noch anders Ich hab jetzt Wo es sagen muss Passt War das auch zugebracht? Ja Hey, es kommt noch einer Das ist Body Body Nein, ich bin so geboostet Hast du dort, Philipp? Ja War einfach dort Was ist das? Danke Im WAU Da denken wir immer an so früh Und die Aufnahmen und alles Und dann im Schluss Vergesst du, dass du dort gehst Hmhm Also, da können wir uns Umtags machen Das Dread hat mich schon Der Keeper gefahren Ah, sogar Ich hoffe, das kann ich So, dann mach ich mal Hacke Ja Philipp, wenn es gehört Beim Minern tue ich halt immer Sneaken, ne? Mhm Und die Sneak halt auch immer so Wenn es halt geht Hey, ich bin schon wieder gekommen Aber auch nicht einmal Hacke Hmhm, was machst du mit einer Hacke? Das weiß ich auch nicht, oder? Ah, da 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 Brauchen das auch, ne? Ich weiß es nicht, da Einmal künstliches UV-Licht Mit Spassern Hauptsache, die haben genug hoch Dann wachsen sie auch hoch Oder? Ja Vier hoch, glaube ich höchstens Oder fünf geht sogar zeitweise Warum bist du jetzt da so bodyhart auf dem Server? Ja Ja, leider Ja 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 Dann bekomm ich mit ein paar Gaps noch runter Ah, was ist da? Da ist ein Creeper, oder? Eigentlich habe ich die Gaps immer auf Nummer 2, mal schauen, noch Eis habe ich gesehen und Essen, das ist immer wichtig, so, ich baue jetzt mal durch habe ich, gell? Also, ich gehe jetzt durch auf, bewegen, jetzt kommt es, ich meine nur noch 4 Minuten, das ist wahnsinnig, also 4 Minuten weniger, das meine ich, nein, ich baue mich auf wegen Leder, wir haben ja keine Leder und ohne Verzauern bringt uns ja nicht einmal wirklich unser Schwert was. Und wenn wir Philipp, ich stecke in der Grabber oder ich habe Abkürzung durch Grabber genommen. Ich hoffe, Verzauern kannst du nicht mehr, wenn es Schaum braucht ist. Normalerweise ist das nur, wenn man das zusammenhaut, fast das Schwert mit Schwert. Aber ich würde es nicht mehr ab Informationen an den Abkürzung, aber ich würde es auch nicht mehr beperken. Ich hoffe, ich würde es nicht mehr zu sehen, dass ich dir schon ganz richtig in RIP geklärt habe. Die Tür kann nicht sein. Ich weiß es nicht. Kühe? Moko. Du hast Kühe empfangen? Ja, aber es ist gerade Nacht. Das ist ein bisschen gefährlich. Nein. Nein, das ist so. Das Problem ist immer... Noch einer. Creepers sind laut. Das Problem ist nicht, dass die Spur in der Nähe ist. Der hört es. Super. Der hört es. Zu viel PUBG gespült. Man darf nicht laut sein. Und schon noch nie PUBG auf den Kanal gebracht. Und die ist mir jetzt immer full läuft, damit ich rack. Diesmal red full ist immer da, damit die Leder einsam. So, wo war denn hin? Ja, ich hätte gesagt in die Schlucht, die du da gefunden hast. Ja, wo war denn du? Die war da, wo ich hergekommen bin. Ja, genau. Wir haben schon mal Leder für wenigstens ins Verzauberstisch. Das war so gut. Aber ich baue auch noch mehr ab, ne? Ich baue noch mehr ab. Ich baue noch ein paar Kühe ab. Schau, die haben zwei verschiedene Texturen. Die Magie des Forged Models. Genius. 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 Oh, Zuguru, Alter. Jetzt sehe ich es gerade erst. Ja. Joooooo. Du Lackern, Alter. Alter, jetzt brauchen wir uns ja nicht einmal mehr anpacken. Aber es ist trotzdem gut. Hm. Nehmt es nicht, ich bin schon froh. Hm. Alter, ich hoffe die ganze Zeit nicht, ich werde hinten den Schlag. Das kommt überhaupt so oft vor. Das ist ein Wahnsinn. Ja, die reden alle vom Spawn. Da bin ich ja Gott sei Dank neider. Schau, da waren auch noch Kühe. Da haben wir echt gerade ein bisschen Glück. Früher war ja nie irgendwas, wenn wir 100 Jahre lang irgendeinem Monster zu nehmen. So. Oh, der hat ein Schwert. Boah. Alter. Sind zu laut. Noch eine Kühe. Ich suche auch die Kühe, was ich kurz das sieht, noch mitnehmen, oder? Ja. Ich habe schon neun. Leder. Erreichen wird schon mal. Ich kenne eigentlich auch die ausfragen. Ich habe auch noch eine Kühe. Oho. So, die ersten Fliegenspuren im Server. Was ich cool finde, ist das bei den Projekten, die ich noch einmal überlebt habe und mitspuren. Die joinen schon brav zwischen 16 und 21 Uhr. Und deshalb sind da immer relativ viele Leute online. Weil die joinen auch, wenn wir in den Chat einschreiben. Weil sonst... Guck mal die ja nie. Stimmt. Ich habe aber auch mich gespürt. Da gefühlt bis zur 400. Folge lang. Schon ne? Ich habe auch noch eine Fliegenspuren. Ich habe gerade gedacht, unter dem Block... Wie mache ich das jetzt am meisten? Ich habe gedacht, unter dem Block ist kein Wasser mehr, aber das stimmt ja. Okay. Wenn ich mich so durchhole baue, ist das gut. Immer. Immer, gell? Die Kerzen gerade durchbauen. Ding hin. Ja. Ich hoffe. Ich nehme auch einen Daumen da durch, obwohl ich mich aufgebaut habe. Das muss ja dann stimmen, oder? Wasserkübel habe ich halt kein. Oben kein Mitnummer. Ich habe es vergessen. Schlauchelkerl. Hm. Noch 6 Minuten. Die Formen vergehen immer so schnell. Hm. Ah. Muss das Wasser da eigentlich bleiben? Ah, da ist überall Wasser. Praktisch. So, ich soll jetzt da mal zauern anfangen. See you. Leuk. Sure. Und ich nehme da mal alles aus. Hier gibt es Internet wieder. Super. Das merkt man. Das ist ein großer Vorteil. Hm. Ich muss ihn mal wieder wegschmeißen. Ist ja Wahnsinn. Warum hat man immer so viel Schlechtes auch? Das ist ja nicht. Workbench ist auch da. Nice. Ich verbrate mal unser ganzes Zucker. Ja. Mach einmal 4 Bücher. Und ähm. Zaubertisch. Alles richtig war? Nice. Fangen wir mal in Schandeln an. Nee. Was ist denn. Hast du Lapis? Ja. falling. Einmal hier. two. Na hab ich gelassen sie da liegen. Lapis hab ich da nicht da. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr weggen. Obwohl. Nein. Dann brauchen wir jetzt. Keine andere da. Aua. Du hast Lapis. Oder soll ich einfach minern gehen? Ich gehe in die andere Richtung, es ist gerade effektiver. Oder? Siehst du meinen Namen? Nein, ich glaube nicht. Ich meine in die andere Richtung. Wer sieht den Namen? Hast du mir vor? Aber Vicky ist grün. Ok. Na, ich sehe den Namen oder nicht? Ah, ich bin schon. Der hat am meisten Dears bis jetzt gefarmt. Der will mit mir fighten. Ich bin jetzt dir. Prost. Er ist glaube ich vor dir. Abo! Aber ich muss mal shanten. Ich muss einfach mal shanten. Ah, da bist du. Aber du wolltest das schon. Aber gehen wir mal beide shanten, oder? So. Ja, ich baue mich gerade zu dir wieder. So. Jetzt bin ich wieder da. Äh. Scherzst du mir ein bisschen? Aber nicht. Danke. Okay. Diaschwert und Diabos dafür. Hast du Dias eigentlich? Ja. Ich würde verzauern auch seine Dinge auf. Äh. Also Dias meine ich. Ah, ich habe keine Dias. Überbaut 1 Buch. Und dann mal aus. Wieso? Bullshit. Wann wir zeigen? Wann zwei? Nice. Bauer 1. Scheiße. Ähm. Du kannst du mal? Nein. Pass mal so. Darf ich deine Sachen haben, wenn du Bullshit hast? Kannst du ein Buch verzahlern? So, die Eisenhose auch. Ich gebe dir mal ein Buch, bitte. Verzauern. Nein, bitte nicht. Nichts Eisen verzauern, wenn wir keine Freizeit machen. Schrauben wir sonst auf. Schrauben wir sonst auf. Ja, das passt. Rot 1 und Schrauben 1 passt. Der Rest ist eh eh. Nicht so cool. Ich vergiss die ganze Zeit, dass ich mit Facecam aufnehme. Und nach irgendeinem Mundbewegung. Schrauben wir mal. Hä? Verzauern gerade einen Baumstuhl. Nein. Du hast einen Baumstuhl verzauern. Verzauern bitte den Eisen. Das war gerade mit meiner Absicht. Hä? Kann ich nicht erlauben? Hast du das Street gemeint? Ich bin da schon vor, oder? Meint. Okay. Ey, halb Nuller voll. Hast du alles, was ich dir noch hingeschmissen habe, eh schon aufgelaufen, oder? Weiß ich immer das Buch. Das Buch, ja. Ja. Hast du ein gutes Buch gekriegt? Ja, das ist schon 20. Okay, ja. Hast du aber immer Amboss und das Versaugungstisch mitnehmen. Den lassen wir nicht stehen. Hast du nicht genommen, oder? Ja. Gut. So, jetzt brauchen wir noch Dias auf jeden Fall. Geht nur noch 1 Minute Zeit, aber wir müssen uns nicht anfinden, wie jetzt China und der Dio genommen, oder? Ja. Gut. Ist ja echt schon ein gutes Street gemeint. Ich versuche gerade die Random-Taktik mit dem Bauen. Weiß ich. Funktioniert nicht, oder? Hey, du hast ja schon alles ab gemeint. Ja, war schon ein bisschen wahr. Aber ja, Dio... Dio... Äh... Big Cat soll sich Fohler aus beim Abbauen. Das sollte man echt fast verzauern. Oder Efficiency-Ans auf... 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 Ist auch schnell. Das ist auch schnell, ja. Das stimmt. Der Weiß hat man nur Aliver eigentlich, wenn man es gut gemacht. Ah, ich würde wenigstens irgendwas Dio im Chess haben. Dann kann man wenigstens... Aber ich habe schon einen zweiten Gold-Spot angeschaut. Ey, wenn man da abklickt, dann steht Hans, also Tequila, oder? Ja. Hm. Heut immer schön brav mit offenem Mund. Ja, weißt du... Noch ein bisschen verschnupft. Noch immer. Noch immer. Schnupfen dauert es ja nicht so eine Woche. Weißt du, schlimmer Männer schnupfen. Kann man nicht mehr arbeiten als YouTuber. Oh, Zeit vorbei. Zeit vorbei? Nein, ja, geil. Und Lul. Ah, ich bin neben einem... Einem Obsidian-Kartinger. Du, die ganze Zeit sneaken. Das fahrt dann gar nicht auf mit mir. Et noch 30 Sekunden. Wie geht denn das? Ist ja wurscht. Soldat. Ah, ich fahr einfach schnell mal weiter ab. Hm. Ich finde es gut, dass es wenigstens nicht Stock tut, weißt. Ah, ich bin ja weg. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ich das Video gefallen, gebt einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Servus. Bye, bye. My face is kind of the best with you.